Hallo Freunde der Spielkultur, beim letzten Mal wurden wir von einem Highkiller, wurde unsere Mutter von einem Highkiller getötet und hatte uns markiert, dass er weiß, wenn wir wiederkommen, dass wir es überhaupt sind. Ähm, so. Und heute möchte ich noch ein bisschen hier die Quest weitermachen. Und ein paar Sachen, oh, Moment. Aber auf jeden Fall noch ein bisschen Essen, dass wir groß und stark werden. Ja, das ist lecker. Haha, Leute, das ist so richtig geil. Ich sag's euch. Komm, da bist du, komm. Gar nichts. Hey, der hat blaue Sachen. Nein, viel gute. Ich muss ein bisschen aufbleiben, wenn du das gehst. Oh, Arigato. Wir neigen dazu, Haier als Angreifer zu betrachten. Aber auch sie werden von Zeit zu Zeit verletzt. Ah, nein. Ich glaube, ich will leben. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin, bevor wir uns hier verzetteln. Noch nicht entdeckt. Was könnten wir ja mal machen. Das könnten wir ja mal machen. Ich glaube, ich will nicht mehr leben. Wie soll ich das werden? Ich glaube, ich werde nicht mehr leben. Aber auf jeden Fall. Ich habe das letzte Mal auch hier noch ein bisschen unruhig gestichtet. Und Moment. Gehen wir mal kurz auf die Kate wieder. ich will dich zum essen fm nur der zander Aber ich habe keine Ahnung, was er hier will. Das ist so genial. Ich sag euch, es ist so behindert. Und die Computare. Ich habe einen dieser Drehstöpsel in meiner Wanne zu Hause. Diese Dinger sind wirklich Magnete für Haare und Dreck. Fischi. Ich mag Fischi. Durchs Fressen kriegt man anscheinend wirklich die Punkte zusammen. Aber... Okay, hier haben wir schon wieder so... Ich werde hier auch das Spiel mal zu 100% durchsachen. Es ist irgendwie cool. Voll cool. Komm, bleib da. Ich will Mittagessen. Danke. Also bin ich größer geworden. Wie heißt Mal. Wenn es dortワ bugelt ist, wollen wir wieder.. Das wird ja einfach... Machinal ist... Pember jetzt leider eine parлы bis zum Folgen,aros. Und du bist. Komm! Mein Essen! Supergleich, Leute! Tee! Nee, nee! Das ist der Spritzengerät, Alter! Okay, er hat mich getötet. Ein paar unerwünschte Ratschläge. In der nächsten Staffel suchen wir uns einen Hai aus, der mehr Sympathien erweckt. In der nächsten Staffel suchen wir... Ah, genial. Die subtilen Witze von dem Typen. Eine eigentümliche biologische Anpassung ermöglicht dem Bullen das Überleben im Süßwasser. Hm. Auf jeden Fall möchte ich mal wissen... Echt Zeit lassen? Ah! Ah! Ja, anscheinend haben wir alle die Punkte verloren. Bam! 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 Nein! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Ziele! Das war's! Die Ziele, dass wir den Spitzen... Ja, den Typen, den starken hat... Fat Wake Bio! Video. 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 Hitze und Sauerstoffmangel können für ein Hai eine Belastung sein. ABG. Merde ins Wasser. Glück gehabt. Welsfieber. Ok, wir müssen Wels töten. Wo sind Wels? Hier sind Wels. 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 Ich muss ihn noch fressen. Ah, das ist lustig. Kurz mal. Gucken, was ihr noch so hier haben. Haben wir noch irgendeine Quest? Erreiche Wachstums-Statium. Danger. Erreiche Level 4. Aha. Okay. Okay. Machen wir das mal. Ich hoffe, wenn ich das mache, kommt er mit der Anführer hier. Der ist ziemlich weit weg. Ich will das haben. Da kann ich mir das auch gleich mitnehmen. Jetzt ist das. Weil... Ja, da haben wir nachher doch ein bisschen was zu tun, Leute. Okay. Okay. Ja. 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 Ja, hier haben wir eine Kiste. Eine Kiste ist immer gut. Manche Haie sind Plünderer, die wahllos alles konsumieren, was auch nur annähernd essbar erscheint. Ja. Okay. Oh, yeah, 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 yeah. Tor, okay. Ein weiteres Raubtierbeutetrama kommt zu seinem Abschluss. Raubtierbeutetrama. Many. Es ist trotzdem lustig, der war einfach zu fragt. Nach Ansicht des Bezirksverwalters Chuck Hutterbridge kann der Mangel an Effektivität von einzelnen Technokraten... Der Hai ist jetzt ein Teenager, daher sollten wir viel Angst, Unlust und schlechte Entscheidungen erwarten. Der Hai ist jetzt ein Teenager, okay. Neue Fähigkeit, Fähigkeits-Upgrade. Spring, oh. Verbessern. Wieso, oder nicht? Wieso, oder? Ja, gut. Kann man die Sachen besäuben? Lock. Ne, 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 ne. Ich möchte jetzt noch. Ja, gut. Das kann man. Gehen wir mir hin. Aber irgendwie... Das ist ein Auto. Eigentlich würde ich hier noch ein bisschen rumspielen. Mann. Mann. Nein, es ist ein D-Nator, okay. Nein, es ist ein D-Nator. Mann. Wut. Lustig auch noch. Ich glaub jetzt hab ich's verkackt, leute. Okay. Shit happens. Auf jeden Fall möchte ich mir jetzt hier noch ein bisschen weiter umsehen. Der Fortek Bayou ist seit langem ein beliebter Ort für das Weltsangeln. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Der Plünderer begnügt sich oft damit, von allen möglichen auf den Meeresgrund gesunkenen Abfällen zu naschen. Die Kommentare sind so geil. Oh, 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 oh. Hm. Ich denke, dass ich das Spitzen... Ja. Oh, du Papa Dann muss man hier vier von den Ich bin ein kleines Decken, ich bin drin Das war's. Ah, hier sind wir im richtigen, im richtigen Weg. Alligator. Oh. 400 Millionen Jahre Evolution und dort wird der Hai von einem zukünftigen Koffer gefressen. Das Fortick-Bio-Gebiet hat durch das Vordringen von Salzwasser 63 Hektar Marschland verloren. Ach, Leute. Wie lange machen wir jetzt? Gitter älteres Tier, älteres Tier, okay. Aber ich werde hier mal einen Punkt setzen und ich weiß, wo ich hin muss. Oh, ich will schon wieder ein bisschen essen. Ach, aber ich bin schon wieder kaputt. weil die richtung auf jeden fall aber leute ich sag jetzt nur mal danke fürs einschalten schaut bei dem widget reihe oder meinen anderen hier projekten und hier rein und meine andere let's plays quasi und lasst mir ein abo da wenn euch dieses neue wenn euch meine tag gefallen hat wo sie jetzt hin aber wo wir jetzt hin müssen werden wir beim nächsten mal herausfinden und ich sag jetzt nur mal danke fürs einschalten und bis zum nächsten mal ciao